Hallo Dynamo-Mitglieder! Herzlich willkommen zur Mitgliederversammlung der SG Dynamo Driesden in der Markern Arena. Ich begrüße ganz herzlich an meiner Seite die Fußballstimme von Radio Driesden. Ich sage herzlich willkommen, Jens Umbreit. Hallo Peter, hallo liebe Dynamo-Mitglieder. Jetzt war ich schon mal schlecht. Du wolltest mich ja ansprechen. Das ging ja diesmal wirklich schnell. Du wolltest doch sagen, was für ein Jahrhundert ist. Hallo Peter, hallo liebe Dynamo-Mitglieder. Hallo Peter, hallo liebe Dynamo-Mitglieder. Hallo Peter, hallo liebe Dynamo-Mitglieder. Wollen wir das wirklich so ein bisschen blockweise dann machen? Du fängst dann also was für ein Fußballer, ja? Ja, ja, okay. Warte mal, gut. Wir können einfach immer so, ne? Hallo Dynamo-Mitglieder. Herzlich willkommen zur Mitgliederversammlung der SG Dynamo Driesden in der Markern Arena. Ich begrüße an meiner Seite ganz herzlich die Fußballstimme von Radio Driesden. Wenn ich dich schon sehe. Das wird schwer jetzt. Ich habe das gesehen, wie es deine Mundwinkel schon verzog. Ich hätte gerne noch den Wochenkurier von der Woche. Ich begrüße an meiner Seite ganz herzlich die Fußballstimme von Radio Driesden. Ich gucke mich rustig an. Ja, aber ich habe nichts gemacht. Nee, nee, nee. Jetzt reisen wir uns mal zusammen. So ist das, was wir auch nie gegangen in der Schule. Wollen wir noch mal? Wir müssen. Wir können immer einfach los machen. Hallo Dynamo-Mitglieder. Herzlich willkommen zur Mitgliederversammlung der SG Dynamo Driesden in der Markern Arena. Wie viel Zeit habt ihr eingeplant? Mach mal, mach mal einen kurzen Cut. Also wir brauchen mal zwei Minuten.